jetzt geht es wieder okay okay irgendwie war es hier kurz aus und keine ahnung was das soll okay wir müssen irgendwas machen beschütze beschütze das daten abfanggerät okay das hatte ich hier falsch gelesen aber kein problem auch das bekommen werden dass man gucken auf den tacho hier ach so vielleicht ist auch deswegen war weg ja natürlich rennt der scout als erstes nach vorne okay das gerät ist direkt schon hier das ja voll freundlich voll nett von dir spiel was los mit dir ich muss mal eben hier browser neu laden ok jetzt kann ja wieder wird sehen nichts mehr angezeigt da in twitch deswegen falls irgendeiner was geschrieben hat noch mal schreiben bitte no problem no problem wir haben vergessen jake hat es nicht gesehen jake braucht eine neue stimme noch das geht zwar nicht so ja wir laufen hier vorne einfach rum finde ich ist eine gute idee ok tttn ttn 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 ok groß groß ne Ach! Ist das doof oder so? Was soll das? Ich meine, das sieht ja jetzt schon so aus, als ob man hier mal direkt eine Granate hinschießen kann. Oder eine Rakete wäre eigentlich auch cool. Da ist ja Turm und sowas, dann kriegen die alle ordentlich einen drauf. Gucken wir mal nach. Die ist ja jetzt hier noch in Concealment. Ja, wir müssen das Ding sowieso verteidigen und die Pläten. Und so eine Rakete macht halt echt Schaden. Vier bis sieben ist ganz gut. Oh, wir kriegen sogar alle. Ja, komm, scheiß drauf, eröffnen wir hier direkt. Kack drauf. Bäm. Hä? Ne, 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 sehr gut. Ja, nicht ganz so gut, aber okay. So, ähm. Ach so, er ist jetzt da runtergerannt, das war ein bisschen doof, aber egal. Kann alles funktionieren. Ach, das Scanprotokoll auch vergessen. Ich sollte mal mehr darüber nachdenken, was die da für Special Abilities haben, die Leute. 76, dann würde er das Teil platt machen, aber wir nehmen Gefechtsprotokoll bei diesem scheiß Turm, damit der auf jeden Fall im Arsch ist. Außer er schafft es jetzt nicht, aber ich hoffe es einfach mal. Okay, dann haben wir irgendwo eine Flanke. Oh ja, wir können auf den eine Flanke kriegen. Von vielleicht hier. Okay. Hoffentlich ist das nicht so weiter. Nicht noch ein Packträger. Okay. Ah, ist halt Schnauze. Dick der eigentlich weiß. Ähm. Sushi, 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 Sushi. Kannst du nicht auch noch irgendwas Tolles machen? Wie komme ich an diese blöde Schlange ran? Vielleicht von hier? Ach, fuck it. Ich werfe einfach eine Granate auf die Schlange. Was für eine Frage. Klar. Ist doch total logisch. Eine Schlange siehst, Granate drauf. Die Stunlancer kriegen wir gleich, wenn die laufen. Im Overwatch ballern die bestimmt ab. Ganz bestimmt. Ach, komm schon. Ach ja, Teacher. Ganz vergessen. 70 nur. Komm schon. Sehr gut. Du Held, du. Wen siehst du denn von da? 67 den Typen? Kriegst du den? Probier mal aus. Nice. Was ist los mit dir? Find ich gut. Ist das auf dem Schießstand oder so? Okay. 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 Nachdem ist immer mein Spiel auf. Ey, hört auf. Komm schon. Nice. Wenn du das sagst. So, jetzt holen wir uns die anderen. Die werden wir noch nicht sehen, aber das ist okay. Wo kommst du denn? Vielleicht ist da oben noch ein Turm. Das wäre nicht witzig. Aber du kannst ja mal nachgucken gehen. Geh einfach mal nachgucken. Da ist kein anderer Turm zu sehen. Das gefällt mir gut. Dann schicken wir die anderen jetzt auch in die Richtung. Ja, Teacher will ich auch vorne haben. Tea Drinker. Ami Man auch nachgucken. Achso, Mad Max noch. Kurz vergessen. Ja, er geht nach da. Kann noch ein bisschen Deckungsfeuer geben. Okay, bisher ist nur ein Pott hier. Das ist gut. Und der hat daneben geschossen. Das ist auch sehr gut. Mit wem gehe ich denn jetzt? Mit dem Scout. Natürlich. Mit wem sonst? Was eine Frage. Los, geh nachgucken. What the fuck? Gar nix? Aber doch wenigstens von da. Auch nix? What? Okay. Äh, der Sunny soll eigentlich nicht nach da. Ah, da sind sie doch. So. Okay, da ist dann... Okay. Hier könnte man nochmal die Gasgranate ausprobieren. Wer da drin ist, glaube ich, auch betroffen, so wie es aussieht. Oder? Ich glaube schon. Ich habe das Ding noch nicht ausprobiert. Deswegen... Ja, bis zum Sektoiden kommt es leider nicht. Ah, probieren wir raus. Das macht ja Schaden und Schaden über Zeit. Das ist beides ziemlich cool. Und, ähm... Boom. Ähm... Tolle Idee. Das war eine super Idee von mir. Das war, ja, toll und so. Habe ich natürlich auch daran denken können, dass Gasgranate... Alles auch egal. Ähm... Salomon hat... Ein bisschen Rüstung. Das ist gut. Dann nehmen wir jetzt seine Granate. Ach, der Typ verreckt gleich sowieso. Der ist, äh... Vergast. Dann kriegt er jetzt die Granate in die Fresse. So, Sushi, kriegst du den? Do it. Nice. Wenn du das sagst. So, wenn der... Sektoid jetzt... Ach so, der sieht den. Ja, der macht nichts mehr. Der ist gleich tot. Der Sektoid ist... Ja, ich will nicht zu weit vorlaufen. Ja, ich will nicht zu weit vorlaufen. Mit Max... Darüber. Ah, der ist auch wieder ein bisschen weiter. Ah... Aber geht noch. Okay, der ist auf 96 da hinten. Brauch ich das? Brauch ich das nicht? Ne. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ich habe es nicht mehr. So. Ne, 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 ne. Ich habe extra meinen Furz im Glas aufbewahrt und gerade ihm vor die Füße geworfen. War halt vorbei. Ach, shit. Zum Glück hat er dieses komische Dings noch immer da drin, dieses... Na, scheiße, war Sektoid? Wenn man mehr nicht drauf hat. Okay. Kriegst du noch irgendwie hier? Dann kriegst du nicht ganz Platz. Ähm... Wie weit ist es da noch? Okay, das dürfte gehen. Denk ich. Ja, versuch mal von da. Der, 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 der... Jawohl, ist ne Flanke. Komm schon! Nice! Den, den, der, den... Hallo, fällt es mal um? Ah, okay. Ich dachte schon. Zwei Elibium-Kerne. Sehr cool. Ähm... Sushi, du kannst nachladen. Eisfield, Tabletai, ich will Eis essen, okay. Dann, äh, ja, guten Appetit. Du gehst da in Deckung. Die Cha... Okay. Ich bin bereit. Okay. Warte noch mal runter. Okay, erstmal Verstärkung. Der, der, der... Mh... Wollen wir hoffen, dass ich nicht noch was trigger, wenn ich jetzt hier hochgehe. Aber ich gehe da hoch. Nee, sehr gut. Ähm... Teacher, Teacher, wo können wir dich denn gebrauchen? Army Man, dahin! Wiper, du gehst... Ach so, ne, da ist ja... Da ist ja giftiger Scheiß. Ah, hier ist die Karte zu Ende. Okay, dann geh da hin. Oh, Sushi... Sushi, Sushi, Sushi... Nach vorne. Bitt ihr auch nach vorne. Ah, T-Jakosha, der muss auch... Den brauchen wir auch gleich. Und Mad Maxx haben wir noch. Du kannst es da... Und hier ausschießen. Da kommen sie. Äh... Herzlich, vielen Dank, dass wir mit Edwin Airlines geflogen sind. Wir sind an ihrem Zielort angekommen. Hier werden sie sterben. Denn eine Partiegesellschaft hat schon alles für sie vorbereitet. Was? Mit Knaller und so? Ja, Feuerwerk. Na, na? Boah, ey, Mad Maxx schießt jetzt auf das Auto, vor dem er sitzt. Ja, okay. Nice. Nicht ganz so nice. Na, ziemlich scheiße. Okay. Okay. Du, du, du. Ach, Kosha, jetzt kill den. Oh, sollen wir eine Granate benutzen? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Gegner noch da sind. Kriegen wir dann beide? Oh, nicht ganz, aber... Oh, nicht ganz. Aber der eine hat dann wenigstens nur halbe Deckung. Oh, wir haben noch Granaten. Wir haben noch mehr als genug Granaten. Das ist kein Problem. Bam. Komm, da ist auch halbe Deckung nur noch. Willst du mich verarschen? Na, okay. Es ist scheinbar noch ganze Deckung. Okay. Okay, BT. Hau. Oh. Hau ihm aufs Maul. Bam. Und es fühlt sich anders. Es fühlt sich fantastisch. Oh, shit. Okay. Okay, es gibt Verletzte. Ich bin mir ziemlich sicher. Verkehre. Komm, Sushi. Kill ihn. Sehr gut. Sehr gut. Aber weniger. 70. Komm schon. teacher sieht den doofen roboter das recht gut durch den stein sehr geil bietet das schon aus wenn der besser gleich auf ihn schießt schon gibt es ein krit vielleicht dann geht nicht komm schon kannst du irgendwas siehst du den vielleicht von hier und hier aber komm schon keine ziele zu sehen natürlich sind da ziele zu sehen du ja nichts zu sehen auf mich dann trifft der idiot wenigstens nicht naja was soll das was hast du vor ach du scheiße das war nicht cool das war sowas von nicht cool das war echt nicht cool ich habe gedacht er geht drauf so das wird wie diese rewein dings also kann schon ich bin weg so ich bin ich bin das ist krass ich bin ich bin in heaven gesehen 74 klingt doch gut fast wieder durchs fenster zurück operation klammer heuler gerät beschützen sehr gut geklappt sehr sehr gut aber die verletzten ich hoffe nicht zu heftig dass er zu lange ausfällt das würde mir nämlich nicht allzu gut gefallen alle sind happy wie ist es denn gelaufen weiter der meisten schaden vom t-drink am meisten angriff ausgeführt teacher am häufigsten angegriffen weiter hat sich an beidesten gut gemacht leute ich stürze auf euch also very very gut very very gut ich muss meine festplatte auf da hat er es zu lange ein paar spiele löschen und wir sind wieder zuhause zuhause in der avenger da ist doch schön vielleicht nach dem schwarzen bildschirm vielleicht nicht oh ja kieken wir mal kieken wir mal oh 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 da passiert was hammer krass vielleicht liegt es auch daran dass jake im team ist kann auch sein aber es ist nicht vielleicht vielleicht aber auch nicht aber auch wirklich nur vielleicht auch vielleicht nicht unsere einheiten übertreffen trotz schwer verwundert verdammte hacke oh gott teacher sehr gut tot von oben schnell ziehen das abfeuernde pistole als erste aktion beendet nicht mehr länger eine runde das ist super kann ich dreimal mit schneller in der runde mit der pistole schießen einfach super verbergen sturm und schuss ist eigentlich verdammt gut ja lirien kerne zwei paar leichen verteilen oh da freut er sehr etwas neues zum aufschneiden eine schlange hat er diesmal und ein geschützt und der typ ist auch fröhlich was haben wir jetzt eigentlich aufgehalten für ein Ereignis habe ich schon mal vergessen um 17% erhöht sehr cool dann dauert das wie lange noch bis ihr hier fertig seid 16 tage noch bis zu den Magnetwaffen ist das super unter den schwierigen Bedingungen auf der Avenger zu arbeiten 50 tage da noch haben wir noch ne wir hatten niemanden mehr es gibt keinen Raum für Fehler gut ja damit endet der Stream jetzt erstmal bis später danke fürs Zuschauen und so crackers ja sicher Das war's.